st du bist gewohnt dein Ernst Fick deine Mutti er liegt der Diga ich bitte dich ich bitte dich dein Ernst dein fucking Ernst du Schlingel du du kleiner Schlingel du deine Mutter ey diese Schockladungen wie ich sie hasse ich könnte reinscheißen ja eben dort gibt es auch schon Fick deine Mutti nicht schon wieder aber deine Mutter auch Mensch du auch Mensch oh Menno Fick dich ähm diese Schottlanz gehen wir so auf den Senkel als hätte ich auch nur Schuhe was das hat ehrlich geschehen was nicht schon wieder mit der Schrottgang du bist aber gut du bist echt gut du bist bestimmt ein PSL-Spieler ich zieh dir den Sporn rein niemals oder okay interessant oh hier geht ab ja ja und der Hurensohn kommt ihr da der Hurensohn der Hurensohn der Hurensohn no way keine Chance warum trifft ihr jetzt genau mich warum sag mir das warum ganz genau mich fliegt ihr über die ganze Map nein Luis muss getroffen werden genau so schaut es heutzutage aus Dankeschön für die S-Mine Dankeschön finde ich sehr nett von dir das war schön das war mein Tag der hat mich jetzt nicht ehrlich auf die Distanz getroffen oder das war jetzt gerade nicht echt oder und Pistole ach ich bin nur gerade gespawnt hast recht boh mal dich du bist hier doch bestimmt rum gegangen und von hinten Dankeschön ich danke dir ich danke dir mein Freund dein Ernst dein scheiß Ernst ich hab ihn doch gerade gekillt ich hab ihn doch gerade gekillt dumm nein was 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 stop 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 ich hab einem gerade einen Headshot gegeben ist das gerade ehrlich passiert ich wollte den abschießen und hab gerade unten einen Headshot bekommen lässt sich machen wenn sich jetzt gut spielen lässt wenn die Gegner jetzt nicht zu behindert sind so wie der ungefähr okay der war schon ziemlich ja dein Ernst jetzt mal ohne Scheiß dein fucking Ernst jetzt mal ohne Scheiß jetzt trifft er nicht auf ich hab eine Blatt-Granate ich hab eine Blatt-Granate ich hab eine Blatt-Granate ich hab eine Blatt-Granate nein nein du Wichser du bist ein Wichser genau so genau 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 was dein Scheiß dein Scheiß Ernst Minen kannst du in Minecraft machen auch wenn ich hier ohne Scheiß man das geht nicht das kann man nicht machen du bist eine Missgeburt deshalb hast du mich auch nicht getötet so 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 stopp warum hab ich den jetzt nicht bekommen ach so schieß vielleicht noch schneller dein Scheiß Ernst ich hab dich doch gefickt du Hure dich auch ganz klare Angelegenheit weil warum hab ich dich nicht bekommen und bist du bist du dumm nein 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 wie kriegst du mich denn bist du dumm bist du dumm wie kriegt mich denn so eine alter bist du bist eine richtige Mischgeburt nein stimmt das Messern braucht man ja gar nicht machen in Black Ops 2 das ist eine Behinderung mit den Armen in Black Ops 2 das ist kein Messer dein Ernst ich bin gerade gespawnt ich bin gerade gespawnt ich bin gerade gespawnt aus 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 aus